Hallihallo! Hallöchen! Und willkommen zurück zu Let's Play American Mackey's Alice! Hier muss irgendwer ein verdammter Geist sein. Wir springen jetzt darauf! Ja. Und ich schwöre euch, diesmal habe ich nichts gemacht. Diesmal bin ich ganz ruhig geblieben, ja. Ich habe auf Mama Sakura gehört, die gesagt hat, dass ich zu ungeduldig bin. Ja. Ja, super, ich sollte vielleicht nicht... Gott, ey. Ey, den Jack in the Box, ich weiß nicht, ob der mir irgendwo noch irgendwas bringt, aber ich könnte den ja eigentlich auch mal wieder benutzen. So rein theoretisch. Okay, ich muss jetzt auf dieses Gear Wheel. Ja, knapp, der neben ist auch vorbei. Stehst du da jetzt drauf, oder was? Oh, Mann. Nein, 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 nein! Beautiful! Ja, nicht. Jetzt, warum bist du da nicht rauf? Sag mal... Geht's noch? Geht's noch, Mädel? Da, hier! Du kannst unter Wasser, hört man deinen Schrei erstens gar nicht, und in der Lava, die ist viel zu dickflüssig, als dass man deinen Schrei da hören könnte. Ja, ich bin nämlich klug. Ich liebe Mechanik. Irgendwie war das cool. Ist klar. Das ist völlig klar. Ist voll einleuchtend. Wie gesagt, ich liebe Mechanik, aber... Warum kommst du nicht auf dieses beschissene Zahnrad rauf? Sag mal, wo ist dein Problem, Mädel? Ehrlich. Ich raff's nicht. Ich hab Load gedrückt. Lädst du jetzt auch das Richtige? Schau dich, wenn nicht. Nein, tue ich nicht. Damit würde ich mir nur ins eigene Fleisch schneiden, aber... Ich will endlich diesen verdammten Ladebildschirm vollkriegen. Das wäre echt nice. Ja. Lad schneller. Bitte. Ja. Wenigstens das kannst du. Nein, nein, ich sag das nicht. Ich möchte diesen Satz nicht zu Ende führen. Oder dieses Wortgestell oder was auch immer, wie man es nennt mag. Ist mir auch egal, aber ich will es nicht zu Ende führen. Stülp, Stülp, meine Güte, Stülp. Hier, da, friss das, Mädel. Mann. Das bringt mich echt noch zur Weißglot hier. Super. Wisst ihr was? Ich melde mich wieder, wenn ich da um auf diesem blöden Zahnrad bin. Bis gleich.